Dieses Gemälde des französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir war einst in jüdischem Besitz, bevor es von den Nationalsozialisten in Frankreich konfisziert wurde. Das berühmte Kunstwerk ist Teil der Sammlung des verstorbenen Industriellen Emil Bürle, die derzeit im Kunsthaus Zürich zu sehen ist. Der Waffenhändler verdiente sein Vermögen während des Zweiten Weltkriegs und investierte es in Kunst. 13 der erworbenen Werke gab er Ende der 1940er Jahre an die jüdischen Besitzer zurück und erwarb neun von ihnen ein zweites Mal. Die Kunstwerke selbst sind unschuldig, aber sie sind ein Zeugnis für diese Geschichte des Grauens. Wir wollten die Sammlung aus zwei Gründen zeigen, um die historischen Themen anzusprechen, aber auch um sicherzustellen, dass die Kunstwerke weiterhin gesehen werden und nicht aus dem Blickfeld verschwinden. Im Vorfeld dieser Ausstellung kam es zu einem Eklat. Der wissenschaftliche Beirat trat aus Protest zurück, weil die jüdischen Vorbesitzer angeblich nicht ausreichend gewürdigt werden. Museumsdirektorin Demester weist diesen Vorwurf zurück. Wir mögen Diskussionen, aber keine Kontroversen. Wenn ein Museum ein Zufluchtsort für schöne Bilder ist, dann ist es auch eine Plattform für Meinungsaustausch. Und das gilt für jedes Museum in Europa. Manchmal führen wir angenehme Gespräche, manchmal auch sehr schwierige über die Themen unserer Zeit. Das ist unsere Pflicht. In der Ausstellung im Kunsthaus Zürich wird die Herkunft einiger Werke thematisiert. Zudem kommen in Videos Experten und Historiker zu Wort. Die Ausstellung »Eine Zukunft für die Vergangenheit. Sammlung Bürle. Kunstkontext, Krieg und Konflikt« läuft voraussichtlich bis Ende 2024. Untertitelung des ZDF, 2020